Herzlich Willkommen auch von meiner Seite zur Online-Moss Generale. Wir dürfen auch mit unseren Produkten heute vertreten sein. Kurz zu meiner Person, ich bin der Jone-Chef vom Sepplbauer und ich war bei der Landjugend auch lange aktiv. Ich war 3er Sprengleiter, 2er Bezirksleiter, habe mich auch im Land sehr engagiert. Somit dürfen die Moster auch von uns dabei sein. Wir haben hier zum Beispiel einen Torschbirnenmoos, der ist trocken, einen jungen, frischen. Dann haben wir einen Birnenmoos QW, einen halbtrockenen, das ist eher die süßliche Variante. Und ein Speck bei Naturbusch an den Hausmarken ist auch halbtrocken, ein bisschen lieblich ausgebaut für jedermann. Kurz zu unserem Betrieb, wir machen nur Moos, wir machen auch Seider, Fritzante, dann noch Edelbrände, um die 50 verschiedene Fokarotten über, Blutorangen über, Williams, die klassischen Sachen, Speckbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Vogelbeeren, alles so, auch Chen, wo wir jetzt beim Valsdorfer gut dabei waren und auch Whisky. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Verkosten und man sieht sich!